Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm mir bloß nicht zu nah, bleib weg! Sonst werden meine Kinder am Ende so wie du. Perkst du immer noch den Wolf? Es ist zu gefährlich da im Wald. Du solltest da nicht hingehen. Niemand kennt sich hier besser aus als sie. Hätte sie was gesehen, hätte sie es ganz sicher erzählt. Der Kerl ist gefährlich fürs Land, ein Terrorist. Und er ist bewaffnet. Warum sagst du nichts? Hast du Angst vor mir? Wie pfeifst du Knochen? Ich krieg doch mit, dass irgendwas nicht stimmt. Wer ist der Fremde, den du heimlich in den Bergen triffst? Deine Schwester hat euch gesehen. Lüg jetzt bloß nicht. Schlampe! Halt dich! Dreckige Hure, du! Du bleibst zu Hause. Also, die Frau geht ganz allein in den Wald hinein? Und sucht dort das Feuer.